Ne, da wollen wir gar nicht hoch. Da wollen wir gar nicht hoch. Ich fahr trotzdem weiter. Nein! Scheiße! Ja, super. Ich glaub, wir stürzen ab, ohne irgendwas zu tun. Scheiß Flugzeug! Nein! Na? Ähm, natürlich, natürlich. Halbnackt und besoffen. So kennen wir ihn. Ja, gut. Äh, Moment, Moment! Fuck! Nein! Scheiße, ich hab das nicht gesehen! So, den haben wir erstmal. Nein! Geh doch zu Trevor! Oh, wa? Was? Was stand da gerade? Alter, ich... Alter! Das sind doch noch keine... Natürlich, natürlich... Aber ist klar. Aber ist klar. Boah! Ja! Wow! Ah! Gut, dass das... Alter, nein! 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 Oh Mann, da bin ich an der Tür hingeblieben. Ich hab die neue Uschi-Glas-Creme versucht, äh, für Babyweichehaut. Hat leider nicht ganz funktioniert. Das ist übrigens, weil sie ihn nicht ganz erkannt hat, äh, hat Franklin, äh. Hat die gar kein Oberteil? Wow! Scheiße! Scheiße! Hey, whatever! Scheiße! Oh ma限! Scheiße! Scheiße!